Ich heiße Susanne Wachsmann-Jesse. Ich komme hier aus Berlin. Meine Anreise war somit sehr kurz. Ich bin jetzt das erste Mal beim IMK und ich finde die Auswahl der Referenten sehr gelungen. Das ist eine sehr, sehr gute Mixtur. Auf der einen Seite die wirklich guten Handwerker, gediegendes Handwerk, man erkennt das einfach. Die wissen, wovon sie sprechen und die vermitteln uns auch das Gefühl, also der Mensch ist in dem Metier, was er da macht, sehr, sehr sicher. Und das erzeugt dann natürlich auch eine gute Atmosphäre, so ein Vertrauen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch ein paar andere Menschen, die aus anderen Berufsfeldern, aber mit dem Thema Internetmarketing, sich auch hervorgetan haben. Das gefällt mir einfach die Mixtur wert ist, also ich bin auf jeden Fall jetzt sicher, dass das, was ich gewählt habe, für mich die richtige Wahl ist. Ich habe mich nämlich für das Produkt von Heiko Häusler entschieden und weiß ganz genau, dass ich über das Durcharbeiten dieser verschiedenen kleinen Exercises mich sukzessive auf mein Ziel hinzubewegen kann. Und das ganz stabil, denn der Support ist einfach auch einmalig. Ich freue mich auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Heiko und seinem Team, denn die machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Und er ist eigentlich mit seinem Herzblut dabei. Das merkt man. Das freut mich. Das freut mich. Das ist eigentlich. Vielen Dank.